In diesem Video beantworten wir die Frage, wie Croissants gemacht werden. Dabei hatten wir Hilfe von den Bäckermeistern der Bäckerei Leonhard in Bretten. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Zu den Grundzutaten. Wir brauchen Butter, Mehl, Hefe, Zucker, Croissant-Teigreste vom Vortag werden hier noch verwendet, Milch, Wasser und Salz. Die Bäckerei Leonhard, die verwendet ein spezielles französisches Croissant-Mehl. Das ist natürlich zum einen authentischer, zum anderen aber auch kleberstärker. Und den Steffen Leonhard, den Inhaber, habt ihr schon im Video kennengelernt, wo er zusammen mit mir Brot gebacken hat. Der ist Brotsommelier und Artisan Boulogère unter anderem. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Handwerksbackwaren und das authentische Backen spielt bei ihm eine ganz übergeordnete Rolle. Zuallererst werden jetzt die Zutaten vermischt. In der Mischphase, die geht 5 Minuten lang. Und ja, das Ziel der Mischphase ist, die Zutaten zu vermischen. In der Knetphase, die 8 Minuten geht, wird der Teig dann ausgeknetet, schon mal ein klein wenig. Er ist schon etwas homogener und hat auch schon Kleberstrukturen entwickelt, wie man ja hier sehen kann. Es erfolgt die Portionierung in kleinere Stücke, die sind einfach leichter zu handhaben, auch für spätere Tourieren. Was das ist, kommen auch noch dazu. Und die Stücke sind so vermessen, dass später ein Kilogramm Butter dann beim Tourieren verwendet wird. Die Teigstücke, beziehungsweise der Bruch, der wird jetzt lang gewirkt, so nennt man das. Das gibt Spannung und einen glatten, gut ausrollbaren Teig. Die Spannung ist aber dabei das primäre Ziel. Den Fenstertest können wir auch mal machen. Grossoorteig ist relativ fest, also nicht so zugfähig. Je weicher ein Teig, desto zugfähiger. Ziehen lassen sollte das Fensterchen sich aber trotzdem beim Grossoorteig, da ist ja auch hier Kleberstoffe, entwickeln. Dann wird der Teig abgedeckt. Und ansonsten verhautet der Teig an offener Luft. Die Haut kann reißen und dann bleiben womöglich später beim Weiterverarbeiten auch feste Stücke drin, die man beim Endprodukt sehen könnte. Und je nach Wetter und Hefe und Wasser, haben ja die Bäckermeister gesagt, liegt der Teig dann 30 bis 45 Minuten. Wann dann genug abgelegen ist und er weiterverarbeitet wird, entscheidet der Bäckermeister täglich anders. Der Teig wird dann klein wenig schon mal flach gedrückt und dann kommt er auf die Ausrollmaschine. Beim Ausrollen gibt es natürlich einige Gänge, die hier gemacht werden. Er wird immer wieder zurechtgezupft. Hier soll es weiter Spannung im Teig geben und wir wollen natürlich auch auf die Größe fürs spätere Weiterverarbeiten, für das eigentliche Tourieren dann bekommen. Vorher aber bringen wir den Teig in die Kühlung, nachdem er hier noch ein bisschen zurechtgezupft und angepasst wird. Und das hat folgenden Grund, wir wollen nicht, dass der Teig zu warm wird. Denn wenn der Teig zu warm ist, könnte die Butter schmierig werden und man bekommt keine gleichmäßigen Schichten. Deswegen soll der Teig immer mehr oder weniger eigentlich ein klein wenig kalt sein. Und hier sieht man es jetzt auch schon, er lässt sich wesentlich schwerer zupfen oder ziehen. Jetzt kann dann die Butter eintouriert werden, das erste Mal. Die Butter muss allerdings vorher auch aus der Kühlung raus. Zu kalt darf sie auch nicht sein. Hier sehen wir, es wird einmal angeschlagen, auch angepasst an den Ecken, was wirklich alles schön gleichmäßig für die Wadia-Verarbeitung ist. Warum das wichtig ist, sehen wir hier. Wir werden nämlich weiterfalten und die Butter Tour für Tour einarbeiten. Ein Croissant-Teig ist auch, wenn wir wie gleich sichtbar hier mehrere Schichten haben, kein Blätterteig. Ein Croissant-Teig ist ein Plunterteig, da Hefe dabei ist. Und Blätterteig ist eben ohne Hefe. Und Blätterteig lockert sich dementsprechend nur über das Tourieren. Beim Croissant-Teig haben wir dafür die doppelte Lockerung über das Tourieren und die Hefe. Das Falten geschieht im späteren Verlauf immer wieder gleich. Am Anfang wird die Platte jedoch fett eingefaltet, wie wir gesehen haben, eine Doppeltour gemacht und dann eigentlich auch immer eine einfache Tour. Ungefähr Pi mal Daumen sind es 36 Schichten, hat ein Bäckermeister zu mir gemeint. Wir haben wieder einen Gang in die Kühlung, wegen der angesprochenen Thematik, dass der Teig eben nicht zu warm werden soll. So, und jetzt kommt die Platte wieder auf die Ausrollmaschine und weiter geht's. Ich habe nochmal die 10 mal kluge Frage gestellt, ja wäre das auch ohne die Maschine möglich? Ja, ist es schon möglich, aber hier wird natürlich in einer ganz anderen Größenordnung gearbeitet. Und ja, glaub mir, so einen Teig auszurollen immer wieder von Hand, da braucht man ordentlich Muggies. Jetzt werden mit dem Lineal die Abstände gemessen und hier wird es noch von Hand gemacht, wie man sehen kann. Das ist absolut selbstverständlich, meistens machen es mittlerweile eigentlich Maschinen oder Croissants sind oftmals auch Tiefkühlware, die zugekauft wird. Ja, man hat sich zwar spezialisiert auch auf französische Backkunst, aber es ist dennoch schön, dass es so gemacht wird. Und es ist auch ein Fakt, wo da eine Bäckermeister gemeint hat, das kann ich doch ruhig mal bitte hervorheben. Mach ich gern. Ist ja auch so. Wir haben den klassischen Dreiecksschnitt gerade gesehen und jetzt im weiteren Verlauf, dass wir hier so schön leichtlänglich ausgerollte Croissants bekommen, ist es wichtig, beim Teig jetzt hier nicht zu Eick zu ziehen und aber auch den richtigen Krafteinsatz beim Aufrollen zu haben. Das Ganze aber dann doch auch nicht zu locker zu machen. Hier sieht man nun, wie die Schokolade ins Pint au Chocolat kommt. Das ist sozusagen das viereckige Schokokroissant und ist vielerorts als Industrieprodukt bekannt. Hier wird aber hochwertige Schokolade und kein Zucker-Schokomischbrei verwendet und natürlich das Bäckerhandwerk, wie man sehen kann. Nach dem Einrollen kommt das Rädchengerät oder Ruckzuck oder auch Faulenser zum Einsatz. Das ist eine zeitsparende Alternative zum Lineal. Die Teiglinge werden nochmal ein klein wenig flach gedrückt und kommen jetzt hier in die Kühlung. Müssen sie nicht, allerdings wird in der Bäckerei vorproduziert, dass mittags auch wieder frisch aufgebacken werden kann. Über Nacht entwickeln die sich bei 4 Grad eigentlich gar nicht so schlecht. Es schadet zumindest nicht. Man sollte sie aber langsam aufgehen lassen am nächsten Tag und die Aromen und Geschmacksstoffe überstehen sowas eigentlich gut oder bilden sich auch weiter gut aus. Vor dem Ofengang werden sie nochmal bestrichen mit Eigelb und dann kommen sie für 18-20 Minuten bei 180-190 Grad in den Ofen. Ist natürlich abhängig von der Menge, wie viel in so einen Ofen kommt und wie er dann bestückt wird. Die Croissants werden danach nämlich behandelt. Der Eistrich ist natürlich für den Glanz oder für den typischen Look wichtig. Wenn sie nur matt wären, wäre es eben nicht so schön. Die Lagerung, ja, gleich essen ist am besten, sagt der Bäcker, und am besten direkt zwei nachkaufen. Und hier sehen wir jetzt nochmal einen Querschnitt mit einer schönen gleichmäßigen Porung. Wir haben keine Riesenporen. Tipptopp gelungen. Querschnitt vom Excuse my bad French Pard au Chocolat. Und die goldgelbe Chromfarbe ist bei so einem Pard au Chocolat auch perfekt gelungen. Grundsätzlich drückt die Füllung bei Croissants das Volumen ein klein wenig. Dementsprechend sind gefüllte Croissants nicht erst stabil wie ein Buttercroissant. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Da steckt einiges an Arbeit drin. War mein aufwendigstes Video bisher. Und auch zum Inhalt oder der Machart, wie es war, gerne Feedback dalassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Werden wir jetzt ein Croissant holen. Ich habe jetzt wieder ordentlich Lust auf eins bekommen. Ein großes Dankeschön geht auch an das gesamte Team der Bäckerei Leonhardt. Zum einen für die Gelegenheit zum Film und zum anderen, ihr macht einen hervorragenden Job. Ich bin ein riesengroßer Fan eurer Arbeit. Dankeschön dafür und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.